Schön, dass im Bett geht. Dass wir das Bett jetzt hier oben stehen. So, das Spiel zwischendurch, ey. Das ist Mobbing. Das ist echt Mobbing. Oh, jetzt hab ich da... Draußen leider was kaputt gemacht. Ähm, was wollte ich jetzt? Achso, Mana. Ähm. Genau, das wollte ich. Mir fehlt ein Goldingott. Mhm. Hing das heute irgendwann noch hin? Bestimmt. Was war das denn jetzt? Was ist das denn jetzt für ein Ton? Ob ich gerade einen Dude gehört? Schön für dich. Tisch woanders. So, hätte ich das auch. Neue Rezepte, das ist toll. Was ist denn für neue Rezepte? Lebensstandsstufe. So, jetzt hab ich den Mana-Verbreiter. Was kann ich damit machen? So, jetzt brauch ich wieder diesen... Ne? Welchen Modus bin ich eigentlich gerade? Ich habe das. Ah. ach scheiße ich drehe damit hier alle blöcke alle blöcke in der nächsten richtung ich gucke habe ich jetzt ich verstehe es sonst nicht ich verstehe es nicht wo ich habe dann aufgenommen weiter her und theoretisch warte mal hier hinten hinstelle ist nur jetzt da ich da hinstelle und hier sage dass du eine machen sollst ich sage es gibt es auch schon im bunt mann der gar kein mann auch kein mann weil ich kriege ich Mana ja cool wenn ich hier so Mana becken jetzt ist ja echt cool ja nicht falsch verstehen aber woher zur Hölle kriegst du Mana du kannst ja nur das er kann ja nur das das ist richtig aber er hat auch kein Mana ich würde gerne wissen wie ich Mana generieren kann was sollte ich vielleicht näher für den wenn ich das becken hier drauf stelle wenn ich das becken hier drauf stelle was passiert eigentlich viel ja beides kein Mana das ist toll könnte aber wenn ich das hier abbaue könntest du Mana generieren wenn du hast halt jetzt mal ne Frage weil er hat hier dieses Tablet das was mich stört dieses Mana Tablet aber dafür brauche ich eine Mana Perle oder Mana Diamanten und den kriege ich so nicht den kriege ich nur ja Block von Mana Diamanten so viel Mana brauche ich dafür was ist denn Farbe da für ich kriege den Glitzerstein Lebelstein und Bifrost Block wie kriege ich den denn ein Stab des Bifrost Feenstaub äh ja Elventrade was ist das denn wie kriege ich den Elventrade ah Terra Stahl hab hier halt kein Mana drin das ist mein Problem das ist mein Problem das Mana Tablet bringt mir auch nichts weil ich keinen Diamanten hab da drei ich brauch ne das bringt mir auch nichts weil ja äh ist mir klar ja brauche ich eine Mana Perle für und die Mana Perle ja nur so aua das einfach boah das ist echt ich dachte das wäre mir easy bist ne Pilze alter das ist ja gar nicht easy räuschte dich mal eben kurz ich lasse ich mal eben kurz da stehen das Wasser drinne ach ich bin geht das da kann ich sagen dass du ne das auch nicht ne kann ich sagen dass du ja das ist das wird geht immer im Function Mode ne ich auch nicht sagen dass du damit was machst ne oh verdammt bringt halt auch äh gar nichts da oben aufsetzen das wenn ich so da oben aufsetzen aber ich glaub das bringt nicht viel ich bin verwirrt ich mein schön dass wir so viel Lebestein jetzt machen können ne das ist ja ganz toll wir gehen nochmal kurz nach Hause mhm zu Hause ich will das jetzt hier hinkriegen das ist äh seh ich jetzt nicht mehr ein so kann ich auch so machen nein vier Stück ich hab noch einen Weizen gern britisch geht das doch mit jedem oder nicht oh da hab ich nur einen von das ist mir nicht gut ach ich hab jetzt vier genommen und zwei äh das tue ich mal wieder dann tue ich davon dreimal wieder rein so an ektronen gehört das zu botanika plant c ha du flachs du flowing rush dadurch kann ich auch wieder dings was weiß ich achso kann ich auch vier kann ich auch vier raus machen achso hiervon brauche ich dann auch noch eine vier haben oh ich will einfach noch Weizen dass ich genau hier unten ein Weizkorn hab das ist ja richtig gut mehr hab so dann gehen wir mal wieder hier hoch ich will das jetzt ich will jetzt wissen wie geht ich will jetzt wissen wie geht das jetzt nicht mehr wieso geht das jetzt nicht richtig einfach da rein tossen oder nicht packbein farbe gehabt so da ist selber spackradrum kann auch sein ja selber spackradrum das ist jetzt meiner produziert weil ich nicht ne sehe ich nicht weil ich starb nicht mehr jetzt du hast auch kein ich bin verwirrt ich bin echt weiß nicht das lexika botanica ist halt auch null hilfreich weiß ich schiete noch mal das sieht mich aber gerade null so wenn ich das mana becken habe kann ich da was reinfüllen äh nein vielleicht nicht immer gut zu wissen halt so ne GG ich dich jetzt da reinschmeißen dann bist du weg nimmst du jetzt mana auf du hast keinen mana du hast auch keinen mana du zeigst mir generell keinen mana an was ich komisch finde das müsste ich hier wieder haben oder achso mit ner leeren hand nein mit ner leeren hand gehts auch nicht dann lasst du was mit ner leeren hand ich verstehe es nicht das ist mir zu hoch danke ich darf mir jetzt viel reinschmeißen da müsste doch jetzt noch da reinschmeißen du zieht jetzt hier irgendwas mana warum nicht ich verstehe es nicht ich verstehe es echt ich bin offiziell zu blöd dafür ich bin echt zu blöd dafür ich habe hier doch ein mana becken wie kriege ich denn jetzt mana 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 da verbreiter ich bin nicht da sage du sollst das da hinschießen ich habe jetzt abbaue wenn ich dich jetzt hier hin baue mein Junge schieß bitte das mana was du daraus kriegst hier hin und jetzt hier wieder dem stein kreiere kriegt denn irgendwann mana das ist meine frage das was ich noch nicht ganz verstanden habe du schießt das dahin ne verstehe halt nicht wie das mana generiert wird das ist glaube ich mein problem okay 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 Hmm, basics. Oh, ich brauch so'n Runen, ne, den kann ich ja nicht machen. Hmm, nice, I don't know. Sagis, wo kriegt ihr das Mana her? Trink mal einen kurzen Schluck und so fort, oder? So. Hm? Ja. Also muss ich ganz normale Blumen hier platzieren? Sehe ich das jetzt richtig? Heißt also, ich könnte... Theoretisch. Wird alles nur rein theoretisch. Wir wissen alle nicht, wie's funktioniert. Das ist das Schöne. Ich tu dich mal eben kurz... Ich tu dich mal eben kurz hier rein, den Buchstand tu ich auch da rein. Das auch, auch so. Heißt also, ich könnte... Irgendeinfach... Irgendeine Blume? Ist irgendwas gespawnt? Nein. Ich kann jetzt einfach mal ein paar Blümchen nehmen, ne? Äh, hab ich zwei. Schön. Äh, hab ich hier noch irgendwo... Davon nehm ich auch noch eine mit. Davon auch noch. Okay. Brauche ich jetzt noch Erde. Die hab ich oben. Oder hab ich die hier? Hab ich davon? Einen, ne? Genau einen Blumentop hab ich nur. Das ist nicht so viel. Okay. Guten Tag. Was gespawnt? Nein? Schade. Ärgerlich. Nicht doof ihr. So, wenn ich jetzt sage... Äh, so. Wenn ich ihm jetzt sage... Pass mal auf. Hier place ich jetzt Blume. Erstmal, warum sie das so scheiße auf. Aber ist egal. Kann ich dich hier hin placen? Kann ich dich hier hin placen? Das ist gut. Okay, die... Ich glaube, die geben schon Mana ab. Kann das sein? Weil das witzert hier so. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ach. Du schießt das alles dahin, ja? Nein, du sollst es nicht dahin schießen. Dass ich hier ins Mana-Becken schieße. Achso. Gut. Gehe ich das richtig? Aber jetzt habe ich auch kein Messer mit, ne? Messer mit? Ja, das habe ich. Okay. Oh, habe ich sogar hier. Ja, sieht. Warte mal. Ich will mal eben den Blumentopf hier hinstellen. Ob das auch so funktioniert. Blumentopf. Äh. Nehme ich so. Ich kann dich nicht da reintun. Das ist ja nett. Kann dich da reintun. Neh. Auch nicht. Ja, ist ja nett. Gut, dass ich einen Blumentopf mit habe. Ach, lutsch mich doch. Jetzt habe ich das abgebaut. Jetzt habe ich die Treppe. Ich weiß jetzt schon wieder. Das ist ein Abfuck. Oh. Geht auch nicht. Ich dachte wäre ein größerer Abfuck. Das muss natürlich wieder hier hoch. Muss ich mich hinlegen. Okay, essen muss ich ja nix. Du bist zu weit entfernt. Du kannst nicht schlafen. Doch, ich kann schlafen. Ich kann immer schlafen. So. Ich finde es übrigens interessant, dass hier nichts durchkommt durch das Portal, ne? Was wir mal so gesagt haben. Beide keine Mana. Das ist irgendwie strange. Habt ihr beide keine Mana? Beide keine Mana. Das ist irgendwie strange. Daran, dass ihr... Das falschen Place seid? Muss ich euch hier hinsetzen? Ich setze euch mal... Ja, das brauche ich gerade nicht. Ich setze euch mal... Ich setze euch mal hier hin. Das ist ein Mana-Verteiler, ne? Ich guck mal eben kurz hier ins Lexica Botanica. Das müssen wir ja irgendwie hinkriegen jetzt. So. Nein, das interessiert mich nicht. Funktionelle. Fektoren. Die Tiere. Ah. Okay. myriad users von mana botanist generates notables of you for the summer of function flow was will train maner von mir bei mana pool dann sind weiß bescheid davon habe ich ja jetzt in nirgendwo was ich check es einfach nicht ich check es einfach echt nicht gegen was muss doch hier mana produzieren und das ist das was mich aufregt weil ich es nicht verstehe ich will es verstehen aber ich verstehe es nicht das regt mich auf weil das ding hat kein mana schon klar das habe ich verstanden soweit soweit ist mir das bewusst du brauchst mana aber wo krieg das mana her im mana verteiler ja augenscheinlich nicht ich könnte auch eine google wenn da war google und internet extra mich ja nicht und 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 in rating flora ich brauche ich brauche aber ich weiß nicht über dem taten was kann man das kann man das ist aber du triffst ihn direkt das ist schon mal gut und creeper schaden genommen das macht mich etwas nervös gerade aus egal muss auch dieses genere ich muss wissen wie die was generieren können anna pylon mann mann ab an der flug spielt mann verteiler anna storm chart an der lehre mann detektor anna ring haben wir glaube ich sogar schon irgendwo ich mache so ein scheiß mann der mann das ist auch schön ring rot das brauche ich alles nicht ja koppel generatoren anna becken storage for mana exakt mana from mana spreaders in an adjustment wants to fruit fangt schon von meiner puls kam in total so wie kann man ja wir haben ja schon das normale maler becken jetzt gemacht bing mir das ist schon mal gut wieder schaden wieder schaden ist das theoretisch müsste ich die dinge weg machen und die hier oben hin setzen also ich wollte kripper ist und das macht mich etwas nervös oder mache ich das mal hier hin und das mache ich hier hin ich hoffe einfach dass hier drunter nicht schlimm ist okay hier ist platz das gut das ist immer gut weiter wegschmeißen wegschmeißen muss man kurz was hier wieder einräumen dass er wirklich hier nicht zum aushalten da schmeiß ich mal weg das kann noch weg da rein mich mal etwas verdünnte hier ja das jetzt wissen wie das geht was gar kein mal das ist gut du hast jetzt gerade gar kann man das schon mal gut zu wissen okay der block der drunter war hast du keinen bock drauf ist akzeptiert das kann noch nicht so schwer sein dass er mir mal eben kurz das hier oder gilt jede blume verstanden doch